Am Dienstagabend hat es im 17. Wiener Gemeindebezirk einen Unfall zwischen einem E-Scooter und einer Straßenbahn gegeben. Gegen 19.30 Uhr ist der E-Scooter-Fahrer auf der Gelblergasse in Richtung Wattgasse gefahren. An einer Kreuzung hat es eine Kollision mit einer fahrenden Straßenbahn der Wiener Linien in der Rosensteingasse gegeben. Der E-Scooter-Fahrer hat dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Die alarmierten Rettungskräfte haben den Verletzten schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht. Im Schockraum des Krankenhauses hat er jedoch seinen Verletzungen erlegen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind im Gange. Bisher ist unklar, wie es zu der Kollision gekommen ist.